Ein Eigenheim aus Holz. Das ist für viele ein Traum der eigenen vier Wände. Denn Holzbauten sind nicht nur nachhaltig, sondern sehen auch gut aus und bieten einen hohen Wohlfühlfaktor. Das wird die Druck des Menschen, die in den Wohnen leben, wie die Schulen, die in den Schulen und die Krankenhäuser. Das wird sicherlich für die Menschen, die in den Wohnungen leben, die in den Wohnungen aus der Wohnung arbeiten. Natürlich sind Aussehen und Wohlfühlen nicht die einzigen Vorteile von Holz als Baumaterial. Nachhaltigkeit ist das Stichwort, dass Holz gegenüber den bisher gängigen Materialien Stahl und Beton in Zukunft Konkurrenz machen könnte. Der wesentliche Vorteil ist, dass Holz ein sehr positives Verhältnis von Steifigkeit zu Masse aufweist. Und darüber hinaus ist Holz natürlich ökologisch recycelbar und in der Herstellung deutlich geringer energieintensiv. Und trotzdem gibt es Bedenken. In puncto Stabilität ist Holz, Stahlbeton deutlich unterlegen, vor allem bei der Zug- und Druckfestigkeit. Auch äußeren Wettereinflüssen über Jahre und Jahrzehnte hinweg lassen Zweifel an der Beständigkeit von Holzkonstruktionen aufkommen. Allerdings, durch eine Kombination von Holz mit anderen Materialien verbessert sich die Stabilität um ein Vielfaches. Hier setzt das Forscherteam des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung Wilhelm-Clauditz-Institut WKI an. At the Fraunhofer-Institut für Wood Research, we have combined wood with different materials for climate-friendly material applications, like the combination of wood with concrete, the combination of wood with fiber-reforced polymers, made of plant-based natural fibers such as flax. And we are also able to combine wood with other new materials for sustainable construction applications. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich die Vorteile der unterschiedlichen Materialien miteinander kombinieren kann. Das heißt, ich habe einen hohen Vorfertigungsgrad, ich spare Zeit auf der Baustelle, kosten und ermögliche am Ende eine klimaneutrale und energieeffiziente Bauweise. Das Forscherteam und Professor Liboyan will den Anteil des Holzbaus am deutschen Baumarkt signifikant steigern. Bislang liegt dieser bei nur 10 bis 15 Prozent. Bis auf 30 Prozent soll er steigen. Doch das geht nur, wenn die Holzkonstruktionen beständig und resistent sind. Um Holzelemente zu verstärken, die bei hybriden Bauteilen eingesetzt werden, nutzen die Wissenschaftler des Fraunhofer-WKI eine Webmaschine. Mit speziellen Geweben aus Flaxgarn sind sie in der Lage, die Holzelemente stabiler zu machen. Das Drehergewebe, was wir hier an der Webmaschine herstellen können, das kann Holzplatten verstärken oder auch Beton verstärken durch eine hohe Zugfestigkeit, die das Material mit sich bringt. Und diese werden einfach mit dem Holz kombiniert und sorgen so für höhere Zugkräfte, die realisiert werden können. Regen, Sonne, Schnee, Wind oder Eis. Gebäude aller Art müssen äußeren Einflüssen über Jahrzehnte standhalten. Für Holzbauten ist das eine besonders hohe Herausforderung. Nur durch langwierige Tests, bei denen Holzpaneele über mehrere Jahre draußen ausgelegt werden und mit Hilfe von Computersimulationen lassen sich fundierte Aussagen über die Beständigkeit der hybriden Elemente treffen. Aber nicht nur Wetterextreme müssen bedacht werden, auch Schwingungen sind Bestandteile der Tests. Erdbeben, Windlasten, Züge, Autobahnen, wo Bewegung stattfindet, gibt es Erschütterungen. Der hauseigene Shaking Table simuliert solche Bewegungen. Das Wesentliche ist eben das sogenannte Ermüdungsversuche. Mein Bauteil und meine Struktur muss diesen Schwingungen entsprechend standhalten. Das, was wir vermeiden wollen, ist, dass die Bauteile in die Eigenfrequenz gehen, was dann zu einer Zerstörung oder zu einem Versagen der entsprechenden Werkstoffe oder Konstruktion führen würde. Das Holz würde brechen, die Verbindungen würden brechen und im Extremfall würde das Hochhaus oder das jeweilige Gebäude dann einstürzen. Das Fraunhofer WKI hat mit dem Zentrum für leichte und umweltgerechte Bauten Zelluba selbst Maßstäbe in der Holzbauweise gesetzt. 2021 wurde der Neubau bezogen und ist ein Beispiel für wegweisende Holzkonstruktionen. Holz in Kombination mit Beton oder Stahl hat das Potenzial, die Bauindustrie nachhaltig zu revolutionieren. Der Trend der vergangenen Jahre geht bereits hin zu Holzbauten und Holzverkleidungen, sowohl gewerblich als auch privat. Wenn man sich zum Beispiel den mehrgeschossigen Holzbau anguckt, sind in den letzten beiden Jahren ziemlich viele Hochhäuser entstanden oder mehrgeschossige Gebäude, unter anderem Hamburg, Berlin, Amsterdam. Und Architekten und Planer setzen immer mehr auf den Werkstoff Holz und erkennen natürlich entsprechend die Vorteile. Deswegen bietet Holz jetzt schon und auch in Zukunft entsprechend ein großes Potenzial.